Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dirt Showdown. Das geilste Spiel ever, was es je gegeben hat. Ich glaube, es gab nie ein besseres. Ja, für dich vielleicht. Ja, jetzt schauen wir uns erst mal Autos aus. Ich nehme wieder einen armen Hans. Ja, Hans. Der Bruder von Hans ist der Franz. Ja, hab ich auch. Hältst du es jetzt rennen, oder? Ja, das ist ein Knockert. Was? Ah, das ist hier noch so ein Knockert ist da. Dann fährt man auf einer Riesenfläche und da kann man runterfliegen. Dann kann man noch ganz leicht wieder aufkommen. Und jetzt zeige ich euch das coole Intro. Und jetzt zeige ich euch das nochmal in der Vorstellung unseren sauberen, sauberhaften Autos. Meiner ist größer. Ich weiß, seiner ist größer, aber meiner hat, ihr müsst zugeben, meiner hat die geilere Lackierung. Schreibt in die Kommentare, wer ihr das findet. Und ratet's, wer heute gewinnt. Und, dass ich noch sagen, der Leon macht auch einen Channel. Und da wird er dann noch das gleiche Spiel machen. Nur tun wir, glaube ich, andere Autos nehmen, oder? Ja, ich glaube auch, ja. Und schon bin ich draußen. Ja, natürlich. Boah, ich bin voll davon aufgefallen. Hey, der Bus ist gehört, er rausgefallen. Geiler Bus. Das ist ja nicht Hochdeutsch. Was? Nicht Hochdeutsch. Ach ja. Das ist gute, alte Hochdeutsch. Ja, sonst verstehen die doch nicht. Majo, kann ich gleich bärisch reden, oder was? Ball. Ball wieder weiß, wo's geht. Und, knock out. Ich hab den ersten rausgaut. Echt? Ja. Du Terminal. Führendes K.O. Bam. 1500 Punkte. Ach, hallo. Alter, du bist fünfter. Und du bist letzter, oder? Ich bin letzter. Auch wenn ich normal besser in diesem Spiel bin. Normal. Normal, aber leider fahr ich heute. Und ich spiel's erst zum zweiten Mal, oder so. Zum dritten Mal, oder nein? Zum fünften Mal. Zum fünften, ja. Okay, jetzt übertreibst du auch. Nö, zum fünften Mal. Nein, zum fünften Mal nicht. Ich terminier den fünften Platz. Oh, yeah. Du bist sieben da. Also sei nur ruhig. Ich hab fünf. Mehr. Nein, nein. Ja, weniger. Ja, weniger. Ja, weniger. Ja, weniger. Ja, weniger. Den siebter Platz. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich so und so spät? Die Gewalt ist mir jetzt an die Domain. Ach, ja. Ich hab den ersten Platz voll dominiert. Oh, lef. Wollt ihr schon seh? Ich komm, bo, 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 bo. Ja, wer ist achter und wer ist siebter? Ja, wir zwei. Also wie ihr gerade seht, wir sind zwei jetzt gerade in dieser Strecke schlecht drauf. Ja. Aber beim nächsten, beim nächsten. Oh, der Bus demoliert. Beim nächsten Rennen wird es auf jeden Fall anders werden. Oh, und ich hab einen terminalen Treffer geleitet. Da wird der arme Hans erster. Weil der Hans, der ist der Herr Silvio, also ich. Haha. Wenn ihr denkt, ich, der Silvio, bin der obere, der Leon ist der untere. Okay. Hey, hey. Bo, alter, der nervt mich. Der nervt. Sehr. Ja, ein kleiner Bus. Ein Schranker. Ein Schranker. Ein Schrankerle. Ein Schrankerle. Oh, voll an runtergebotzt. Knockout, hab ich gemacht. Und jetzt bin ich wieder. Mein alter Leon, bei dir geht aber auch die Action los. So. Terminaler Treffer. Oh, kacke. Ich glaube, ich werde verlieren. Oh, Terminaler, oder? Na, ja, beim Ehen. Ich hab's sehen, du wurdest gerade in mir eine von. Nein, ich bin nie... Ich hab dich terminiert. Oh, und du wurdest terminiert. Leider. Kann man nichts tun. Ich bin achter Kack. Ich bin siebter Kack. So, das war das erste Rennen. Wir machen wie viel? Zwei. Ja. Zwei für sechs und dann gibt's noch einen, der zwei. Ja. Ja, also wir machen jetzt noch ein Rennen. Oder? Na, drei, ich finde. Drei. Ja, mach mal drei, weil wir haben dann noch zwei. Und dann schaffen wir alles schon, wer das Sieger kommt. Und dann könnt ihr raten, wer gewinnt. Ja, ratet jetzt schon. Schreibt es in die Kommentare, wer gewinnt. Juhu. Ach ja. Der leuchtende Controller. Alter. Ich hoffe, das ist für eine bessere. Kacke. Wir sehen, wir spielen mit der Xbox. Bestes Video-Spiel. Best Friends for ever. Leio. Leio. Ich hoffe, dass ihr auch Abonnenten bekommen. Ich hoffe es. Ja, du hoffst es. Dass wir Abonnenten bekommen. Ja. So wie YTT. YTT und Apple. Also meine Lieblings-Youtuber, ich gebe es jetzt zu, ist Apple Raw, LeFloid, YTT. iBlali. Ja, iBlali, Apecrime und Let's Play Chrome. Ich habe den ersten Platten. Und Sarazan und Pitsmith. Wuhu. Alle an den Kopeln. Die Hälfte davon kenne ich nicht. Mann, Alter. Ja, Pitsmith kennst du nicht, aber der Hardy, der rockt so richtig. Ja. Und die hoffst es damit. Da, 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 da. Hier hast du der Peter. Der Peter von Pitsmith auch einmal. Das Lernazockt, weil er sich ja so ernst hat. Ah. Da. Ich habe nur, dass du willst. Der Sieger ist uns. Wett mal, das Auto Lukas Gruber ist. Sieh, der Bruder vom kleinen Oliver. Ich habe nur, dass du willst. Oliver ist ein Schulkollege von uns. Ja, und der hat einen Bruder, der heißt Lukas Gruber. Hoffen wir. Glauben wir. Das war nur eine Vermutung, weil er mit Namen an der Probe heißt. Hey, Leon. Ich habe nur einen Bruder beim genannt. Alter, du bist Ritter. Yay. Ich bin Ritter. Haha. Nein, das ist gut. Haha. Ich hole den kleinen raus. Wer holt den? Oh, warte, wer? Du guckst von der Seite und fliegst runter. Mann, Mann, Mann. Du steckst nicht, du, Leon. Zwei Autos tanzen Tango. Yay, yay. Ihr habt den 8er runtergezogen. Und schon bin ich 6. Platz. Hoffentlich werde ich mal besser werden. Und ich glaube, ich werde gleich terminiert. Hoffen wir es. Terminale Treffer beim irgendeinem Platz. Beim ersten Platz auch noch. Ich bin 6. Aber welcher Platz bist du? Ich bin auch 6. Ach, meine Güte. Ich habe dich gerade geknockt. Knockout. Genockt, genockt out it, ja. Dritter Platz für die... Für den Leeren. Mama, ich mag das Wagen. Mama, kann ich Hans haben. Ich will nicht so. Kannst du nicht auch reden, wie du es auf Pizza? Nö. Mach, schau, aber jetzt kann ich nichts mehr mit meiner Autos. Kann mir irgendwer schupfen? Danke. Warst so freundlich. 3.000 Knockout. Ich bin 4. Und ich bin... Du Hater. Ich bin 4. Sag mal, du bist 5. Ich bin auch 5. Du bist 5. Ich bin 4. Bin 3. Terminale Treffer, 1000 Punkte. Nochmal Terminale Treffer, 1000 Punkte. Und schon bin ich 4. Und schon bin ich 2. 2. Ja, ich bin 2. Wie kann ich das, gell? 2. Platz. Mann, noch. Ich guck's nur kurz. Also, wir gehören jetzt, glaube ich, auf mit dem Video. Ja. So, das war's. Wir machen jetzt noch einen Teil 2. Also, tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Video.